Landwirt Firmenporträt Seit mittlerweile mehr als sechs Jahrzehnten ist Landtechnik Karl Deschberger unermüdlich für seine Kunden im Einsatz. In St. Marienkirchen und in Brambachkirchen bietet das Familienunternehmen mit 32 Mitarbeitern, davon sind vier Werkstättenmeister, eine breite Produktpalette von Gartengeräten über modernste Melktechnik bis hin zu Großmaschinen. Wir haben immer die Kundennähe gesucht, immer die Persönlichkeit, mit einem engen Kontakt einfach den Kunden ein gutes und komplettes Service zu bieten. Unter dem Namen DELA produziert Karl Deschberger unter anderem Glattwandsilos. Durch die glatten Innenwände wird Restmaterial im Silo vermieden. Des Weiteren haben wir noch ein Bio-Schneidwerk, das wir gemeinsam mit einem Landwirt entwickelt haben, wo man eigentlich in den Bio-Betrieben die Beikräuter, die über das Getreide oder über die Frucht wachsen, abschneiden kann. Das zukunftsorientierte Unternehmen ist stets am Puls der Zeit. Seit Jahren beschäftigt sich Karl Deschberger schon mit RTK-Länksystemen und bietet mit eigenen Basisstationen ein besonderes Service. Moderne Werkstätten und das Produktportfolio sind immer am neuesten Stand, um den ständig wachsenden Herausforderungen in der Landwirtschaft gerecht zu werden. Hier zum Beispiel am Standort in Brandbach-Kirchen auch einen Bremsenprüfstand, der sich auch immer wichtiger wird. Wir haben aber genauso auch in den Werkstätten Hallenkräne zum Beispiel. Also da sind wir wirklich am letzten und am neuesten Stand der Technik. Also wir haben neu in unserem Programm die Kartoffeltechnik von der Firma Europa aufgenommen. Die Firma Europa ist aus Bayern und ist auf diesem Sektor ein sehr, sehr erfolgreicher und ein sehr gutes Produkt. Maßgeblich verantwortlich für den Erfolg des Unternehmens ist die Nähe zum Kunden. Die mobile Servicetruppe ist mit Spezialwerkzeugen für jede Situation bestens ausgestattet und bietet Unterstützung dort, wo sie benötigt wird. Ich fühle mich an und für sich sehr gut aufgehoben, weil sie lösen uns die Probleme, die wir haben, sicher immer. Also als kompetentes Unternehmen habe ich wirklich vollstes Vertrauen. Wenn es Sonntag Mitternacht ist und der Hub brennt, dann darf er trotzdem unsere Nummer wählen. Dann schauen wir, dass wir ihm natürlich genauso auch bestmöglich aus der Batsche helfen. Die Nähe zum Kunden wird auch immer wieder mit Veranstaltungen gesucht. Mit Präsentationen, Vorführungen und tollen Angeboten wird den Gästen stets ein besonderes Erlebnis geboten. Dass nicht nur der Verkauf im Vordergrund steht, sondern auch die Partnerschaft, die Freundschaft. Karl Deschberger Landtechnik. Seit 1952 Partner der Landwirtschaft. Da darf ich wirklich sagen, wir lieben den Beruf und wir lieben die Landtechnik.